Sanke Sakai Fischfarm, 52 cm frischer Nisai, weiblich, auch den hat man bei Sakai über den Sommer, hat sich gut gemacht, mal das gekauft, sehr schöner Sanke. Interessante Zeichnung an den richtigen Stellen der Sumi, also zum Schluss wird es ein sehr schöner Fisch, Benni ist sehr gut, jetzt gucken wir mal was wir machen können.